Ernährungsmittel oder Nahrungsmittel bringen euch Kalorien und Lebensmittel leben. Also wir sollten so viele wie möglich Lebensmittel zu uns nehmen. Lebensmittel ist alles, wenn wir es im Boden stecken, wächst weiter. Und alles andere ist Nahrungsmittel, ist Kalorienzufuhr. Das heißt im Prinzip, wenn jemand sich von Hamburger ernährt bei McDonalds, bei der Goldenen Möwe, dann verhungern die eigentlich, weil die essen Junkfood, wo nichts drin ist, Kalorien, und der Körper schreit nach Bio-Photonen eigentlich, nach Lebensmitteln. Und die führen Kalorien zu, aber eigentlich will der Körper Lebensmittel haben, deswegen essen immer mehr und immer mehr und immer mehr und werden nie satt. Ich habe früher über 20 Jahre morgens immer einen Salat gegessen, mittlerweile mache ich mir einen Green Smoothie, was mehr oder weniger dasselbe ist, eigentlich sagen wir mal Salat zum Trinken. Das mache ich, weil ich dann einfach mal ein bisschen Zeit spare und dann sitze ich gemütlich morgens nochmal bei mir auf dem Sofa und ich lese immer nochmal eine halbe Stunde, bevor ich anfange zu arbeiten. Und da versaue ich halt weniger, wenn ich keinen Salat auf dem Bauch habe und nebenher lese, wenn ich mal einen Smoothie habe. Das ist der einzige Grund. Aber eigentlich ist es flüssiger Salat oder Smoothie. Und Salat macht euch basisch. Ihr wacht morgens auf, wenn ihr euren Urin messt mit dem Urinstreifen, pH, seid ihr voll im sauren Bereich. Wenn ihr jetzt Nutella Brötchen esst und dann noch, sagen wir mal, irgendwie ein Cappuccino dazu trinkt, dann werdet ihr noch saurer. Aber sobald ihr vor allen Dingen Salat esst morgens, werdet ihr basisch. Also wir müssen gucken, dass ihr morgens wieder basisch werdet. Wenn ihr basisch esst, werdet ihr nicht hungrig. Ich kann dann durchoperieren, egal wie lang. Wenn ich eine Pause habe, esse ich natürlich. Ja, schmeckt ja auch gut hier. Aber ich kann auch, wenn es sein muss, bis 16 Uhr durchoperieren, ich werde nicht müde. Weil ihr werdet nur müde, weil ihr fahrt euren Blutzucker hoch. Durch kurzen Kohlenhydrate schüttet mehr Insulin aus, als ihr bräuchtet. Dann wird quasi der ganze Blutzucker wieder abgebaut durch Insulin. Ihr habt immer noch Insulin übrig. Und das Insulin macht wieder Hungergefühl. Ja, dann fallt ihr in das 11 Uhr Loch und was macht ihr? Ja, lila Pause oder Milchschnitte? Ja, wie es die Werbung uns erzählt. Ja, reine Kohlenhydrate fährt Insulin wieder hoch. Dann geht es zack, Insulin hoch, runter, hoch, runter. Und ihr braucht eine ganz balancierte Insulinausschüttung. Das geht nur mit langkettigen Kohlenhydraten. Salat, Gemüse, Süßkartoffeln, diese Sachen. Ja, ganz, ganz wichtig. Dann, hier Hippokrates hat schon gesagt, eure Nahrung soll euer Heilmittel, eure Heilmittel, eure Nahrung sein. Ja. Das werdet ihr auch morgen beim Dome oder bei Domesersatz dann hören. Morgens basisch, Gemüsesalate, auch Smoothie, Knochenbrühe, solche Sachen. Wir geben den Patienten auch, die nicht vegetarisch sind, eine Knochenbrühe. Soll natürlich dann auch aus organischer Haltung kommen. Generell ist es so, da hat der Urvater, der berühmteste Zahnar aus aller Zeiten, war Weston Price vor 100 Jahren, kennen die meisten von euch. Der hat ja damals so verschiedene Aborigines besucht. Unter anderem auch Schweizer Bergvölker, die er auch quasi als Aborigines bezeichnet hat. Ich finde die Schweizer nicht so lustig. Und hat aber einfach sich die natürliche Lebensweise angeguckt. Und hat da eben gesehen, was macht Zahnanomalien, all diese ganzen Dinge. Und hat gesehen, dass die Naturvölker geben schwangeren Kindern und kranken und alten Menschen geben die tierisches Protein. Weil einfach wir dort schneller das optimale Aminosäurenprofil zuführen können. Das heißt, wenn ihr extrem viel Leistung bringen wollt und müsst, hilft euch tierisches Protein. Und es gibt nicht irgendwie die selig machende Diät, sondern schlussendlich müssen wir uns an der Natur orientieren. Wir müssen einfach sagen, wie war das vor 10.000 Jahren? Vor 10.000 Jahren haben wir nicht jeden Tag ein 300 Gramm Steak gegessen, sondern einmal die Woche vielleicht ein Kaninchen gefangen. Und vielleicht einmal im Vierteljahr hatten wir ein Wildschwein oder irgendwas anderes oder ein Büffel. Dann hat die ganze Familie den ruckzuck weggefressen, sich den Bauch voll gehauen. Dann war wieder ein Monat lang, haben wir nur Beeren gesammelt, Wurzeln ausgegraben. Und deswegen, wir müssen uns einfach, das Gehirn, alles muss logisch sein. Auch Wissenschaft muss logisch sein. Wenn ihr euch Newton erzählt, ihr werft einen Apfel hoch und dann schwebt der davon, würdet ihr sagen, teste ich mal, werft einen Apfel hoch, der fällt runter und sagt, Newton hat nicht recht. Ja? Und egal, was die ganzen Ernährungstheorien euch erzählen, es muss immer Sinn machen und logisch sein und nachvollziehbar, wie war das vor 10.000, 20.000, 30.000 Jahren. Und damit muss es konkurrent laufen. Grundsätzlich versucht Brot zu vermeiden. Brot ist immer, 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 immer schlecht. Ja? Es gibt ein tolles Buch, Dumm wie Brot, von dem Dr. Perlmutter, wenn ihr das gelesen habt, fasst ihr nie mehr Brot an. Ja? Brot komplett aus der Ernährung streichen. Außer bei uns drüben. Weil wir backen Brot zum Beispiel aus Walnüssen. Ja? Oder aus Buchweizen. Ja? Also ihr könnt auch gesundes Brot backen, das ist nur deutlich teurer und aufwändiger. Aber wenn ihr es jetzt eben aus glutenfreien Sachen wie Buchweizen oder, ähm, oder auch, ähm, äh, Walnussmehl backt. Ja? Oder in Brasilien haben die ja diese Wurzeln, diese Manchocca, Manchocamehl, langjährige Kohlenhydrate. Da gibt es dieses, wer in Brasilien mal war, dieses Pouchy Cashew, diese, diese Käsebrötchen, ja? Langjährige Kohlenhydrate. Könnt ihr essen. Kein Problem. Ja? Aber nicht dieses normale Brot vom Bäcker. Weil die Bäcker heute sind ja eigentlich, das einzige, was denen ja fehlt, ist die Zapfsäule. Weil die das, ihre Brötchen und Brezeln gleich herstellen wie die Tankstelle. Ja? Kaufen die irgendwo als Backlinge für 15 Cent und, und, und schieben so in den Backofen. Also echte Bäckereien, die wirklich noch ihr Mehl oder ihre Backmischung selber machen. Oder ihren Teig. Gibt es ja quasi nicht mehr. Nur noch ganz wenige. Ja? Und das ist eigentlich reines Gift, was ihr da zu euch nehmt, wenn ihr irgendwas vom Bäcker nehmt. Wenn Fisch oder Fleisch wenig, Top-Qualität. Ja? Immer Qualität vor Qualität. Wild ist natürlich super, wenn ihr irgendeinen Jäger kennt, der so eine Gams geschossen hat, die sich auf 2000 Meter Höhe von kleinen Kräutern und Enzianen, weiß der Geier was, ernährt hat. Sensationell. Ja? Vor allem war die ganz schön tot, bevor sie gemerkt hat, dass sie getroffen wurde, sozusagen. Ja? Während das Rindfleisch, das ihr kauft, hier im Supermarkt, werden die teilweise 1000 Kilometer in Libanon gefahren, weil man dort eben günstigere Schlachtmethoden hat als hier. Und dann wird das tote Fleisch wieder hochgefahren. Ja? Und diesen ganzen Stress, esst ihr alles mit. Hormone, alles mögliche Zeug, ist da drin, macht keinerlei Sinn, sowas zu essen. Wir haben hier einen Bauernhof, Schrofen heißt der. Die gehen auf die Weide und erschießen das Rind quasi auf der Weide. Ja? Das heißt, null Stresshormone, weil das merkt gar nicht, dass es tot ist. Wacht einfach nicht mehr auf. Fertig, ja? Und das ist dann wirklich gutes Fleisch, aber davon nicht 300 Gramm, sondern, ja, Ladies Cut. Auch für die Männer. Nicht die Menge macht, sondern die Qualität. Ganz wichtig. So. Wenig Kohlenhydrate, vor allen Dingen, also Kohlenhydrate sind super. Langkettige Kohlenhydrate, Gemüse, Salat, das sind alles Kohlenhydrate. Aber immer langkettige, Long Chain, Carbon Hydrates, weil die den Blutzuckerspiegel ganz sanft fahren. Ja? Damit verbessert ihr euren Schlaf, gereinigtes Wasser. Wir haben hier den Futomat, da tut das Wasser komplett destillieren. Das ist destilliertes Wasser, da ist nichts mehr drin. Und dann noch Sauerstoff hinzuführen. Ja? Und wenn euch irgendjemand was erzählt oder ihr zweifelt an, dass dieses Wasser das Beste ist, fragt immer die Natur. Stellt drei Schalen raus auf die Terrasse, eins mit Mineralwasser, eins mit Regenwasser, eins mit Leitungswasser und eins mit dem Futomat. Und dann beobachtet ihr, wo die Vögel hingehen. Ja? Und dann wisst ihr, welches Wasser das Beste ist. Weil die haben Instinkt. Die werden sehen, die gehen an das Wasser vom Futomat. Ja? Deswegen haben wir das ja überall installiert, dass wir überall das gereinigte, saubere Wasser haben. Nahrungsergänzung. Wir müssen Dinge wie Vitamin D3, C, Magnesium, Zink, Omega und so weiter zuführen. Da führt kein Weg mehr dran vorbei. Das heißt, solche Sachen wie hier, was wir konzipiert haben, das Basic Immun. Da spreche ich aus für den Freitag und Samstag drüber. Oder auch Daily Use. Damit müssen wir uns abfinden. Und wenn wir da so ein Tütchen voll zu uns nehmen, dann denken wir, wow, das ist ganz schön viel. Ja? Aber das ist Nahrung. Das ist eigentlich eure Nahrung. Das andere schmeckt toll. Sieht super aus. Da ist leider nichts mehr drin. Und wir kommen ohne das nicht zurecht. Und wir sehen, dass es uns sofort besser geht. Und wenn wir die richtige Dosierung finden und die richtige Darreichungsform. Hier beim Basic Immun, das wird über zwölf Stunden, also ein Tütchen morgens, eins abends, insgesamt über 24 Stunden Slow Release an der richtigen Stelle im Darm abgegeben. Das ist ein hochkomplexes System. Dann merkt ihr nach zwei Tagen, merkt ihr, dass es euch besser geht. Wenn ihr es hier aufzeichnet, merkt ihr nach zwei Tagen Basic Immun, dass eure Werte viel besser sind. Ja? Das deutsche Segel-Nationalteam Olympia nimmt unsere Basic Immun mittlerweile. Wir haben gravierende Verbesserungen in Regenerationszeit, gravierende Verbesserungen in der Leistung. Jetzt nehmen die Ärzten vom Marcos Caprada Team unser Basic Immun. Und auch Team Emirates New Zealand fängt jetzt an, unser Basic Immun zu nehmen. Weil sie sehen, es ist brachial stark. Wir haben es für Patienten entwickelt und immer mehr Sportler nehmen es jetzt. Aber der Einsch alt ist die Ärzte. Oder das ist ein Quartier.